So, meine lieben Freunde, ganz ehrlich, Rapper Mittwoch, Saison 4. Ich glaube, ihr habt wieder was Giganto-Mann-Mega-Krasses. Die vierte Saison. Ich glaube, ihr habt eine unfassbar unterhaltsame Show gesehen. Von der Cypher, von der Battle Mania mit Mighty P als Champion und die Battle Mania Champions League. Oh mein Gott, Alter. Die Battle Mania Champions League. Da kommt auch ein Stichwort. Das nächste Rapper Mittwoch ist am 2.10. Kommt alle vorbei. Dort wird es ein BMCL Battle Mania Champions League Battle geben. Und zwar Kusi gegen Fat Cap. Ey, da müssen wir euch nicht mehr viel hinzufügen. Guckt euch die Provokation an. Die ist hier oben zu sehen. Die Provokation von Kusi gegen Fat Cap. Da haben sie sich einige Sachen an den Kopf geschmissen. Und danach wird es auch wieder eine geile Afterparty geben. Ja, und wer wird da auflegen? Ein geringerer als DJ Perez. DJ Perez von den Beethovens. Ey, der kennt die Beethovens. Kommt vorbei zu Rapper Mittwoch. 2.10.2013. Hier im Club Binu. Einlass ab 18 Jahre. Und bleibt Hip-Hop. Peace. Gut戰 gaat. Bitte gut. Das ist alles 바�rasch. Some Kanal Mania Advent, gossip pro Auf ab 100 He紅. Bis zum nächsten Mal. Tschot- thing! Worten? comme sagen... Send E accountability. Te відpuna��가 mit rAsgnisch.